Eine universelle Wahrheit halt mit erstaunlicher Klarheit in der harten Arena des Lebens wieder, wo jeder Zug geprüft und jede Leistung analysiert wird. Zu viel Preis zu geben, führt am schnellsten zu deinem Untergang in einer Welt, in der Neid hinter jeder Ecke lauert, um deine Ziele in Albträume zu verwandeln. Die Fähigkeit, Geheimnisse zu bewahren, verwandelt sich in eine unzerbrechliche Verteidigung gegen die gierigen Augen derjenigen, die wollen, dass du scheiterst. Es geht nicht nur darum, den Schein zu wahren, glaub mir. Dies ist ein Kampf um dein Leben, deine Ruhe und deine Freiheit erfolgreich zu sein, ohne das Objekt des Neides anderer zu sein, die insgeheim deinen Fall wünschen. Jetzt ist der Moment, eine Tatsache zu konfrontieren, die allzu oft ignoriert wird. Ein kluger Mensch teilt bestimmte Dinge nicht, nicht aus Angst, sondern als Taktik, da Wissen das mächtigste Werkzeug in der Kunst des Lebens ist. Indem du deine Schwächen, deine Absichten, deine Freuden und dein Geld offenlegst, bewaffnest du Feinde, die hinter hohlen Freundlichkeiten und künstlichen Lächeln verborgen bleiben. Du könntest fragen aber, was genau sind diese Dinge, die geheim gehalten werden müssen? Mach dich bereit, denn wir enthüllen die Wahrheiten und Geheimnisse, die die Weisen wie ihre wertvollsten Juwelen bewahren und die sie unter strenger Vertraulichkeit halten. Als dein Coach auf dieser Erkundungs- und Verteidigungsreise bin ich Alex. Hier untersuchen wir Taktiken, die verstärken, sowie aufklärende Informationen. Du bist am perfekten Ort, wenn du die Welt meisterhaft managen und sie verstehen möchtest. Jetzt mach dich bereit, denn wir verraten die acht Geheimnisse, die eine vernünftige Person wählt, um zu verbergen, damit wir alle unsere wertvollsten Besitztümer stärken können. Ein Schlüsselprinzip der alten Weisheit ist die Tugend der Diskretion. Dies ist nicht einfach eine Haltetechnik. Es ist eine ausgeklügelte Fähigkeit zu wählen, was die Außenwelt wahrnimmt und was in den Tiefen deines Wesens verborgen bleibt. In der digitalen Ära zu leben, wo die Linie zwischen öffentlich und privat immer dünner wird, macht Diskretion nicht nur wünschenswert, sondern essentiell. Sie ist die Mauer, die deinen inneren Frieden vor invasiven Blicken und bösartigen Absichten schützt. Aber warum legen wir so viel Wert auf Privatsphäre? Die Antwort liegt im Verständnis, dass in einer informationsgesättigten Welt, wo jedes Detail deines Lebens zu einem öffentlichen Spektakel werden kann, Privatsphäre dein heiliger Zufluchtsort ist. Es ist der Raum, in dem du authentisch du selbst sein kannst, ohne Masken oder Urteile. Es ist jedoch entscheidend, Privatsphäre von Geheimhaltung zu unterscheiden. Privatsphäre bedeutet, etwas nicht zu teilen, weil es zu deiner inneren Welt gehört. Es ist dein und nur dein. Geheimhaltung hingegen impliziert etwas, das aus Angst vor Konsequenzen verborgen ist. Und Intelligenz in der Diskretion liegt darin zu wissen, dass nicht jeder einen Spaziergang durch den geheimen Garten deines Lebens verdient. Indiskretes Teilen mag wie eine Form der Verbindung erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es eine offene Einladung für Kritiker und Neider, auf dem zu treten, was du heilig hältst. Somit beinhaltet die Kunst des guten Lebens, weise zu wählen, was man der Welt offenbart. Das bedeutet nicht, in Paranoia zu leben, sondern einen Garten zu kultivieren, in dem du entscheidest, welche Blumen von der Öffentlichkeit bewundert werden und welche nur von denen gesehen werden, denen du vertraust. Während wir uns darauf vorbereiten, die acht Dinge zu enthüllen, die eine weise Person privat hält, denke über die Bedeutung dieser Diskretion in deinem eigenen Leben nach. Diese Geheimnisse sind nicht nur Tipps, um neidischen Blicken zu entgehen. Sie sind Strategien, um dein Kern zu stärken, um mit der Gelassenheit zu leben, zu wissen, dass das, was wirklich dir gehört, geschützt bleibt. Mach dich bereit, diese Perlen der Einsicht zu erkunden. Bleib wachsam, denn was als nächstes kommt, könnte deine Herangehensweise an das Navigieren im Leben ändern. Auf dem Weg zum Erfolg ist Strategie nicht nur ein Element, sie ist der Kern. Stell dir deine Ambitionen und Ziele als zarte Blaupausen eines architektonischen Meisterwerks in der Entstehung vor. Diese Blaupausen, die deine Zukunftspläne und Träume repräsentieren, bergen in sich das Potenzial, sich zu beeindruckenden Kreationen zu entwickeln. Jedoch, genau wie eine Blaupause vor vorzeitiger Enthüllung und Missbrauch geschützt werden muss, benötigen auch deine Projekte den Schild der Geheimhaltung, um sich gegen ein besonders schädliches Element zu verteidigen. Den Neid. Neid, eine Emotion so alt wie die Menschheit, hat die Macht zu beflecken, zu demontieren und sogar die optimistischsten Pläne zu behindern, bevor sie sich materialisieren können. Wenn du deine Blaupausen und zukünftigen Initiativen unvorsichtig teilst, setzt du diese sensiblen Pläne ungewollt den harschen Elementen des Skeptizismus, der Kritik und, am gefährlichsten, den neidischen Blicken derer aus, die dich lieber scheitern als erfolgreich sehen möchten. Aber warum ist es so vorteilhaft, deine Pläne vertraulich zu halten? Erstens, schützt es dich vor externer Negativität, die oft mehr die Zweifel anderer widerspiegelt, als eine genaue Bewertung deiner Fähigkeiten. Zweitens, ermöglicht dir die Geheimhaltung die Freiheit, deine Projekte zu entwickeln, zu experimentieren, Fehler zu machen und dich fernab der Prüfung der öffentlichen Meinung anzupassen. In diesem Raum der kreativen Freiheit, wo wahre Innovation gedeiht, können Ideen entwickeln und sich verwandeln, geschützt vor dem kritischen Blick der Welt. Zusammenfassend, indem du dich entscheidest, deine Pläne und zukünftigen Projekte vertraulich zu halten, schützt du deine Ambitionen vor den schädlichen Auswirkungen von Neid und Demotivation, während du gleichzeitig eine Umgebung förderst, die sowohl persönliches als auch berufliches Wachstum begünstigt. Diese Strategie ist vergleichbar mit einem taktischen Manöver im Streben nach Erfolg. Ein Duell, nicht nur gegen externe Herausforderungen, sondern auch gegen die vorzeitige Enthüllung deiner wertvollsten Träume. Geld, die begehrte Ressource, die in der Lage ist, Dynastien zu bauen und Bindungen zu brechen. Im Kern unseres heutigen Gesprächs steht ein Thema, das viele instinktiv bewacht halten, unsere finanziellen Details. Aber warum ist es klug, unsere Finanzen in einen Mantel der Privatsphäre zu hüllen? Die Gründe sind vielschichtig, gleichzeitig einfach und tiefgründig. Erstens, finanzielle Privatsphäre wirkt als Schild gegen vorschnelle Urteile. In einer Gesellschaft, in der Reichtum oft den wahrgenommenen Wert bestimmt, lädt das Offenlegen unseres finanziellen Status andere dazu ein, uns nicht nach unserem Charakter, Eigenschaften oder Leistungen, sondern eher nach dem Saldo unseres Bankkontos zu beurteilen. Diese unerwünschte Offenlegung kann zu Stereotypen, Fehlurteilen und sogar zur Entfremdung potenzieller Verbündeter auf unserer Lebensreise führen. Zudem wird Neid, eine mächtige und zerstörerische Emotion, oft durch die Sichtbarkeit unseres Reichtums geschürt. Wenn andere unseren finanziellen Stand beobachten, kann dies bei einigen bösartige Gefühle hervorrufen, die dazu führen, dass sie uns missgönnen oder in extremen Fällen unsere Errungenschaften aktiv untergraben. Daher ist das vertrauliche Behandeln von Finanzdetails eine Strategie, nicht nur unsere Vermögenswerte, sondern auch unsere Errungenschaften und seelische Ruhe zu schützen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Sicherheit. In einer Ära, die reich an fortgeschrittenem Finanzbetrug und Betrügereien ist, kann das Preisgeben von Finanzinformationen uns diesen Gefahren aussetzen. Betrüger sind ständig auf der Lauer, wühlen nach jeglichen Daten, um unsere finanzielle Privatsphäre auszunutzen. Diskretion dient in diesem Kontext als eine zusätzliche Verteidigungsschicht gegen diese verdeckten Bedrohungen und schützt unsere Ressourcen vor neugierigen Blicken. Indem wir die Bedeutung der Wahrung finanzieller Diskretion anerkennen, werden wir an den intrinsischen Wert der Privatsphäre erinnert. Es ist nicht nur eine Taktik, um Urteilen und Neid zu entgehen, sondern auch eine Festung, die unsere Sicherheit schützt und die Heiligkeit unserer Beziehungen erhält. Während wir durch die Komplexitäten des Lebens navigieren, wird klar, dass oft weniger zu Offenbaren vorteilhafter ist. Durch sparsames Teilen sammeln wir mehr. Mehr Schutz, mehr Gelassenheit und am wichtigsten mehr Freiheit, das Leben nach unseren eigenen Prinzipien zu leben. Im komplexen Gewebe des Lebens birgt jeder einzelne persönliche und familiäre Erfahrungen, jede so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Diese Erfahrungen, beladen mit Emotionen und Geschichten, bilden das Wesen unseres Seins und schaffen ein privates Porträt von uns, fernab des öffentlichen Blicks. Doch das Gleichgewicht zwischen Teilen und Schützen dieser Geschichten ist so fein wie ein Spinnenseide. Weisheit liegt im Erkennen, wann man sich zurückziehen und diese Momente in Privatsphäre hüllen sollte. Persönliche und familiäre Angelegenheiten vertraulich zu behandeln, bedeutet nicht Verheimlichung. Es bedeutet Schutz. Es ist eine Anerkennung, dass nicht alle Zuhörer mitfühlen und nicht alle Beobachter verstehen wollen. In einer Welt, in der die Neugier oft die Grenzen der Privatsphäre überschreitet, den Heiligtum deines persönlichen Lebens zu schützen, ist ein Akt der Selbstachtung und eine Hommage an diejenigen, die in deiner Erzählung eingeboben sind. Spärlich zu teilen impliziert kein Misstrauen. Es deutet darauf hin, dass das Bewahren bestimmter Aspekte Beziehungen stärkt, externe Urteile und Missverständnisse abwendet, die emotionale Gelassenheit und familiären Einklang stören könnten. Sei dir bewusst, dass Wendeohren haben und in der Realität verzerrter Kommunikation Wahrheiten zu Fiktionen werden können, was zuvor ruhige Gewässer beunruhigt. Indem du sorgfältig auswählst, was du über deine persönlichen und familiären Angelegenheiten preisgibst, schützt du deine Liebsten und pflegst einen internen Hafen der Gelassenheit, im Bewusstsein, das Stärke darin liegt, zu entscheiden, was öffentlich gezeigt und was im privaten heiligen Abgeschiedenheit geschätzt wird. Wenn wir tiefer eintauchen, diskutieren wir die Bedeutung dieser Angelegenheiten nicht nur privat zu halten, sondern sie als unschätzbare Segmente unserer kollektiven menschlichen Reise zu schätzen. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, ähnlich wie nicht-synchronisierte Fäden in einem Gewebe, sind unvermeidlich. Diese emotional aufgeladenen Momente, voller kontrastierender Ansichten, können unsere Beziehungen erheblich beeinflussen. Unser Umgang mit diesen Herausforderungen kann tiefgehend unseren Charakter und unsere Weisheit widerspiegeln. Eine umsichtige Person erkennt, dass das Bewahren der Vertraulichkeit bei Konflikten und Meinungsverschiedenheiten nicht nur eine Frage der Diskretion ist, sondern ein wesentlicher Ansatz zum Erhalt von Beziehungen und Würde. Indem wir uns davor hüten, persönliche Streitigkeiten zu öffentlichen Schauspielen zu machen, verhindern wir die Verbreitung von Gerüchten und Missverständnissen, die oft die Enthüllung unserer privatsten Kämpfe begleiten. Dieser Ansatz geht nicht um Unterdrückung, sondern um das Verständnis, dass nicht jeder Konflikt ein Publikum benötigt. Indem wir diese Fälle auf die direkt Beteiligten beschränken, fördern wir echtere Lösungen, die nicht von externer Prüfung oder Meinungen beeinflusst sind. Privatsphäre in Auseinandersetzungen ermöglicht tiefere Selbstreflexion und ehrlichere Kommunikation, die für die Lösung von Problemen und das Förderung von Wachstum essentiell sind. Frei von externem Druck können die beteiligten Parteien den Kern der Angelegenheit ernsthaft erforschen. Bestrebt nicht nur die Perspektive des anderen zu verstehen, sondern auch ihre eigenen Mängel und Vorurteile. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten privat zu halten, ist daher eine Praxis der Reife und des Respekts. Es ist die Anerkennung, dass der Wert einer Beziehung die flüchtige Befriedigung übersteigt, im öffentlichen Auge Recht zu haben. Es ist ein Zeugnis für die Komplexität menschlicher Interaktionen, wo wahre Weisheit darin liegt, zu identifizieren, welche Schlachten es wert sind, geführt zu werden und entscheidend, das Wann und Wie des Engagements zu erkennen. In der heutigen Welt, in der fast jede Handlung zur öffentlichen Konsumtion ausgestrahlt zu sein scheint und die Unterscheidung zwischen Selbstlosigkeit und Selbstpromotion zunehmend verschwimmt, stechen anonyme Akte der Freundlichkeit als die wahren Juwelen des menschlichen Charakters hervor. Dies repräsentiert eine entscheidende, oft unausgesprochene Weisheit. Den tiefgreifenden Wert, wohltätige Akte aus dem Rampenlicht zu halten, sich auf die Essenz der Handlung zu konzentrieren, anstatt auf den Ruhm, den sie möglicherweise einbringt. Wenn du Anonymität in deinen Akten der Freundlichkeit wählst, verkörperst du ein tiefes Prinzip. Wahre Großzügigkeit sucht keine Anerkennung oder Belohnung. Sie entspringt dem echten Wunsch, die Last eines anderen zu erleichtern, frei von jeglichem Verlangen nach Anerkennung. Diese Anonymität erhält nicht nur die Reinheit der Handlung, sondern erhöht auch ihren Wert, indem sie den Schwerpunkt auf die geleistete Hilfe legt, nicht auf den Helfer. Die Wahl der Geheimhaltung in der Wohltätigkeit erinnert uns daran, dass im Herzen echter Altruismus Demut liegt. Es ist die Anerkennung, dass wir zwar Wellen des Wandels initiieren können, unsere Rolle jedoch nicht darin besteht, in ihrem Ruhm zu baden, sondern sie sich natürlich entfalten zu lassen, das Leben auf Weisen zu beeinflussen, die wir vielleicht nie sehen werden. Dieser Ansatz kommt nicht nur den Empfängern zugute, sondern reinigt auch das Herz des Gebenden, indem er sich von der Gier nach Beifall löst. In dieser stillen Großzügigkeit blüht Mitgefühl leise auf, sein Duft wird von allen wahrgenommen, auch wenn seine Quelle unsichtbar bleibt. Solch selbstloses Geben steht als stilles Zeugnis für die Schönheit und Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes, eine unsichtbare, doch unermessliche Kraft in ihrem Einfluss. Das Leben zu navigieren, während man persönliche Verletzlichkeiten offenbart, ist vergleichbar mit dem Durchqueren eines Minenfells mit verbundenen Augen. Idealerweise würde das Zeigen unserer Schwächen Stärke bedeuten und tiefere menschliche Verbindungen fördern. Die Realität präsentiert jedoch oft ein härteres Szenario, in dem freigelegte Verwundbarkeiten von denen ausgenutzt werden, die von Neid oder Bosheit angetrieben sind. Die Notwendigkeit, unsere Verletzlichkeiten zu schützen, ist von größter Bedeutung. Jede Person beherbergt eine einzigartige Mischung aus Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten, geformt durch individuelle Erfahrungen und Emotionen. Obwohl diese Verletzlichkeiten universell nachvollziehbar sind, ist ihre persönliche Auswirkung tiefgreifend. Sie zu teilen sollte eine bewusste Handlung des Vertrauens sein, ausgeführt mit der Zusicherung respektvoller und einfühlsamer Behandlung. Indes kann das wahllose Offenbaren dieser Verletzlichkeiten gefährlich sein. Einige könnten diese Offenheit nicht nutzen, um Unterstützung zu bieten, sondern als Munition für persönliche Angriffe. Neid kann Vertraulichkeiten in Waffen verwandeln. Es ist entscheidend, sorgfältig auszuwählen, wem man erlaubt, hinter die Fassade zu blicken, die man der Welt präsentiert. Seine Verletzlichkeiten zu schützen, bedeutet nicht Verleugnung oder Scham. Vielmehr erkennt man an, dass echtes Wachstum und Widerstandsfähigkeit aus einem Fundament von Sicherheit und Unterstützung entstehen. Es beinhaltet, sorgfältig seinen inneren Kreis auszuwählen, jene, die helfen, Schwächen in Stärken umzuwandeln, anstatt sie auszunutzen. Indem man seine Verletzlichkeiten schützt, schirmt man sich vor Bösartigkeit ab und fördert ein Umfeld, das heilend und entwicklungsfördernd wirkt. Wahre Stärke liegt nicht darin, jeden Kampf zu übertragen, sondern sich selbst intim zu verstehen, zu bestimmen, wann, wie und mit wem man seine tiefsten Herausforderungen teilt. In einer Ära, in der jede Äußerung verstärkt und jeder Gedanke viral gehen kann, ist die Klugheit, Meinungen über andere privat zu halten, von unschätzbarem Wert. Meinungen über andere zu äußern, selbst in Momenten der Frustration, mag harmlos erscheinen. Doch einmal ausgedrückt können diese Ansichten Beziehungen unwiderruflich verändern, Konflikte züchten und Zwietracht säen. Zurückhaltung bei der Äußerung von Urteilen spiegelt emotionale Reife und das Verständnis wieder, dass Worte erhebliches Gewicht tragen. Sie können Menschen entweder verbinden oder trennen. Bestimmte Meinungen zurückzuhalten, bedeutet nicht, die Wahrheit zu verbergen oder Authentizität aufzugeben, sondern zu verstehen, dass nicht jede Wahrheit geäußert werden muss, besonders wenn ihr Ausdruck mehr Schaden als Nutzen verursachen könnte. Diese Praxis bewahrt nicht nur die Harmonie in persönlichen und beruflichen Beziehungen, sondern fördert auch die Selbstreflexion über die Ursprünge dieser Meinungen. Oft spiegeln unsere Gefühle gegenüber anderen unsere eigenen Unsicherheiten, Ängste oder Missverständnisse. Interne Reflexion kann zu konstruktiveren Ansätzen bei der Lösung von Meinungsverschiedenheiten oder Frustrationen führen und gegenseitiges Verständnis und Respekt fördern. Darüber hinaus schützt das Privathalten ihrer Meinungen über andere sie davor, in den oft vorherrschenden Klatsch und Missverständnisse in verschiedenen Umgebungen verwickelt zu werden. Es etabliert sie als eine stabile und verlässliche Präsenz, eine Person, die Frieden fördert, anstatt Konflikte zu verschärfen. Letztendlich ist die Entscheidung, welche Meinungen man teilt und welche man für sich behält, eine Übung in Weisheit und Unterscheidungsvermögen. Es beinhaltet die Erkenntnis, dass wir zwar die Freiheit haben zu denken, wie wir möchten, aber nicht alle unsere Gedanken öffentlich gemacht werden müssen. Diese bewusste Wahl bewahrt nicht nur die Integrität unserer Beziehungen, sondern zeichnet uns auch als Individuen aus, die erheblichen Respekt und Rücksicht auf andere zeigen. Im komplexen Netz menschlicher Interaktionen ist das Anvertrautwerden mit vertraulichen Informationen von anderen ein Spiegelbild des Vertrauens und Respekts, den sie für dich haben. Dieses Vertrauen, zerbrechlich wie Morgentau, bringt eine große Verantwortung mit sich, die Privatsphäre anderer zu schützen und zu ehren, als wäre es die eigene. In der heutigen hypervernetzten Welt, in der Geheimnisse sofort verbreitet werden können, ist die Fähigkeit zur Wahrung der Vertraulichkeit mehr als nur höflich. Sie ist ein Zeugnis deiner Integrität und deines Respekts. Die Schwere dieser Verantwortung zu realisieren, bedeutet zu erkennen, dass jede vertrauliche Information, die mit dir geteilt wird, ein Stück der Verletzlichkeit einer anderen Person ist. Sie ohne Zustimmung preiszugeben, ist nicht nur ein Vertrauensbruch, sondern eine Handlung, die weitreichende negative Auswirkungen auf das Leben einer Person haben kann, sei es das Vertrauen eines Freundes, eine vertrauliche Einzelheit eines Kollegen oder sensible Informationen über einen Bekannten. Geheimhaltung ist der Boden, in dem Vertrauen gedeiht. Vertrauliche Informationen privat zu halten, ist ein Zeichen von Respekt und Verantwortung gegenüber anderen und dir selbst. Im Wesentlichen ist Diskretion eine Tugend, die unser Leben und unsere Beziehungen bereichert, schützt, was wir schätzen und Intimität in einer zunehmend transparenten Welt bewahrt. Jeder Aspekt, den wir untersucht haben, unterstreicht, wie die Weisheit der Privatsphäre kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Reife und Respekt ist. Über die Rolle der Privatsphäre in unserem persönlichen Leben nachzudenken, ist entscheidend. Indem wir bedacht wählen, was wir teilen und mit wem, gestalten wir die Erzählung unseres Lebens und pflegen Beziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt basieren. Diskretion isoliert uns nicht, stattdessen ermöglicht sie es uns, unser wahres Selbst mit denen zu teilen, die es wirklich verdienen. Zusammenfassend liegt Weisheit nicht nur darin zu wissen, was offenbart werden soll, sondern auch, was geschützt werden soll. Wir haben gelernt, dass der wahre Wert oft darin liegt, bestimmte Dinge vertraulich zu halten. Während wir unsere Reise der Selbstentdeckung fortsetzen, werden wir weiter erforschen, wie Diskretion unser Leben vereinfachen und unsere Verbindungen vertiefen kann. Danke, dass du dich auf diese Erkundung des persönlichen Wachstums eingelassen hast. Wenn diese Einsichten bei dir Anklang finden, ermutige ich dich, in Verbindung zu bleiben, um gemeinsam weiterzulernen und zu wachsen. Bis zu unserem nächsten Treffen schätze die Reise der Selbstentdeckung und die Kunst der Diskretion in deinem Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020